einen wunderschönen guten tag und ja willkommen zu diesem video es gibt ein kleines problemchen und zwar ich musste beruflich kurzfristig nach berlin bin da am donnerstagmorgen um 8 uhr mit dem zug hingefahren wir haben es jetzt gerade freitags nachmittags irgendwas und eigentlich war geplant dass ich heute schon zurück fahre allerdings geht das nicht ich muss noch eine nacht länger hier bleiben in berlin und fahr dann erst irgendwie morgen im laufe des tages nach hause und deswegen gibt es dann leider morgen am samstag erst mal keine folge beyond two souls hier auf dem channel weil ich die halt eben nicht hochladen kann beziehungsweise samtnetz dafür bauen kann und ja mit ja wahrscheinlich fällt auch die folge subnautica morgen am samstag flach und ja ist ein bisschen blöd gelaufen hintergrund ist der wir haben mit unserer firma hier in berlin zweigstelle und da ist am dienstag irgendwann ein storage server abgeraucht und wir müssen die kiste irgendwie unbedingt wieder in gang kriegen weil da liegen weiß nicht 50 terabyte daten drauf die halt super wichtig sind und die kannst du auch nicht so einfach rekonstruieren ist eine lange geschichte aber ich habe mir gedacht ich nehme die kamera mit und habe hier ganz viel video material gedreht mit mit der sony alpha das heißt ich werde also irgendwann dazu ein längeren berlin wie log noch machen das wird allerdings ein bisschen dauern aber ich wollte euch jetzt nur mal ganz kurz bescheid geben dass am samstag vermutlich kein video rauskommen wird ich hoffe denke und gehe jetzt mal davon aus dass ich am samstag nach hause fahre ich glaube nicht dass ich noch eine nacht länger hier bleiben muss also bis sonntag das glaube ich jetzt kaum aber ich wollte euch wie gesagt nur kurz bescheid geben damit ihr nicht irgendwie denkt so nach dem motto huch war das jetzt schon wieder passiert also hat einen beruflichen hintergrund und ja das soll es dann auch schon gewesen sein nur kurze rückmeldung ich hocke mich jetzt wieder dran und versuche weiterhin daten zu retten und dann schauen wir mal wie das spielchen hier ausgeht ich wünsche euch schon mal ein geruhsames wochenende und wir sehen uns hören uns im let's play wie log wo auch immer in diesem sinne macht's gut bis denn und tschüss bis jetzt